Jetzt möchte ich Sie noch fragen, wenn Sie in einer Organisation Grossmeister sind, die sich Fraternitas Saturni nennt. Haben Sie sich dann auch Gedanken gemacht, weshalb die Saturni heißt? Weil sie eine Bruderschaft Gottes ist, weil wir Gott, der ja keinen Namen sonst hat, es heißt, geheiligt werde dein Name. Das ist nun mit Saturnus. Aber wo steht denn, gibt es historisch Belege, dass Gott Saturnus sein soll? Denn er denkt, dass du den Sabbat heiligst. Und Saturnus hat ja den Sabbat als seinen heiligsten Tag. Und Sie glauben, das ist der einzige Grund, weshalb diese Organisation Saturni heißt? Ja, ich glaube früher, nachdem ich alles Mögliche bei Ihnen gelesen hatte, kommen wir an allmöglichen Zweifel. Und Sie haben niemals irgendwie gelesen oder gehört in der Loge, unter Grosche, dass hinter Saturn auch etwas anderes stehen soll? Nein, natürlich nicht. Andere Mitglieder, gab es da irgendwelche Mitglieder, die ganz fanatisch dabei gewesen sind? Das waren alles so ein gesellschaftliches Unternehmen. Die einen gehen zum Gegelklub, die anderen gehen zur Loge. Na ja, wir sind eben zur Loge gegangen und haben so ein bisschen mit dem Idiot oder dem Saturn zu tun gehabt und fertig. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.